Herzlich Willkommen zu Fritzo, wir stellen heute unseren eigenen Willen hin vor, den Rowdy. Wie wir uns normalerweise erfahren, kann der Kindschutz auch entfernt werden. Für das haben wir hier innen zwei rote Knöpfe. Für das ganz normale Ölerfahren reicht der Helm färbig. Wenn man hier einen Stand machen oder sonstige Windefahrten, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Kindschutz zu montieren. Der Verschluss ist ebenfalls sehr einfach, um auf und zu 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 machen. Wie wir sehen, kann man hier einfach zusammenhalten und der Magnet schliesst. Um auf zu machen, ist es nicht viel schwieriger, einfach aus der Anzeige. Der Helm, den wir schon gesehen haben, kommt in drei Farben und in zwei grösseren. Das wäre es auch schon gewesen. Vielen Dank für das Vorbeigehen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne einen Kommentar. Und sonst findet ihr auch einen Link direkt zum Helm unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. h�